Soos! Mario und Luigi und Miii! Soos! Welt 5, was war Welt 5 nochmal? Welt 5... Eigentlich ne ganz humane Welt, aber irgendwie... Hattest du die gemacht oder ich? Die war dir, die Welt 5, da bist du verreckt. Warum bin ich da verreckt? Ja, weil du hast hier mit der Schildkrölle gespielt. Nö, glaub ich nicht. Na, guck ich du hin. Nein, Joffrey! Joffrey, kommst du nochmal? Ich bin schon groß und scheiße! Komm zurück, Joffrey! Blau und schlau, ne? Das war jetzt nicht blau und schlau, das war Caillou. Das war grün und doof. Ja, genau. Grün und doof. Ja, da hast du dann zu lange bei der Blume hier gewartet. Ich glaube, ich wurde erschossen, ne? Will gestorben, ich erinnere mich. Hä, wieso? Drückt er sich nicht, dieser kleine Penner? Weil er grün ist. Ich hab nach unten gedrückt, es ist nichts passiert. Er ist grün. Das ist die Lösung für alles. Guten Tag, Herr... Oh, Fick! Scheiß, Kai! Genau diese Stelle war das. Genau der Abgrund, ich erinnere mich wieder. Ich will das da drüben haben, mach auf! Nein! Ach so. Mach du Welt 5. Mach auf! Mach auf, sagt er. Ah! Ah! Grüner! Grüner! Was haben eigentlich diese Wolken da zu bedeuten? Ähm... Deko! Deko! Zur Not immer den Deko-Joker ziehen. Den Deko? Äh, was machst du jetzt? Ich mach das nicht stylisch. Mach mal so. Ich geh auf Nummer sicher. Ich hab ja gesehen, was bei dir rauskommt. Wieso? Ich hab's geschafft! Ah! Ich bin bei den Bullet bist gestorben. Ist zu den Bullet-Blöds. Nein, in der Mitte ist was drin. Vorsicht! Er duckt sich nicht. Okay! Ey, da... Sag ich doch! Ja, du stehst sofort wieder auf, ne? Was ist denn hier los? Ich hab immer früher gedacht, die Ärmchen da an der Seite von den Dingen, das sind Gesichter, also so Grinse-Gesichter. Ich hätte so gedacht, ich hätte einfach nur so... Du machst ja genauso schlecht wie du. Ich hätte nur so gedacht. Komm! Du da drüben, verpiss dich! Er zischt dich! Okay, ich hab's weiter geschafft als du, Chris. Ja, das ist aber auch keine Kunst, ne? So viel Credit... Huch! Muss man mir geben. Was ist da oben? Oho! Jetzt haut doch die Blaze raus. Jetzt haut doch die Blaze raus, genau! Vorsicht! So, ich wollte sagen... Das Problem mit der Ranke! Perfekte Scheiße! Was ist denn hier los? Das ist bestimmt so ein Tanuki-Anzug, ne? Mit dem blöden P drücken. Flaschenbär! Flaschenbär! Flaschenbär? Flaschbär! Ich erinnere mich, glaub ich er kann sich doch... Hä? Ach, Scheiße! NULL! Oh, Scheiße! Oh Gott! Nope! Was ist denn hier los? Hallo? Schießt du oben mal? Ich glaub nicht. Dann halt nicht. Ich glaub das war der No-Pil-Pil. Och ihr... Seid doch Saftköppe! Saftköppe? Ja, genau! Was ist das für ein Lenni?! Das ist Scheiß-Level, hallo! Hallo! Ich hab nur noch ein Leben! Du wirst sterben, du wirst sowas von sterben. Ja, deswegen hab ich jetzt auch keine Power-Up benutzt. Spreng doch gleich den Abgrund. Nö! Benchon-Level wird nicht Joffrey umarmen. Benchon, Benchon! Joffrey! Gayfrey! Null! Null! Toll! Das muss ich wieder ein paar Level machen, damit ich wieder nach vorne komm! Oh! Vielen Dank für das Haus! Ach, bitteschön! 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 So picke Box ist eh mal selber drin bei Rot! Nö! Was?! Was?! Nö! Ich war... Ja! Und da wird gezockt! Ja, da geh rein! Achso, ich bin... Ah! Ähm, ähm, ähm... Leben war unten... Äh, links. Ganz links, glaub ich. Also hier in der Mitte links. Ja! Mach! Jetzt hast du bei mir gedrückt. Und ganz oben das... Äh, rechte steht davon. Das rechte steht. Ja. Das ist ja geil. Äh, äh, Stern oben, äh... Äh, äh... Genau! So, 50 Cent war neben dem Stern, das weiß ich. 20 war neben dem Stern, genau. Und jetzt noch... Yeah! Oh mein, ich weiß nicht wo's ist. Hier? Nee. Okay. Oha! Oha! Jetzt haut er die Blaze raus. Was hast du uns jetzt gebracht? Äh... Okay! Ich krieg den ganzen Scheiß jetzt in den Inventar, das ich freigespielt habe. Du hast ein Inventar freigespielt? Ja, genau! Ist nicht so, dass du Items freigespielt hast? Nein, du hast ein Inventar freigespielt. Ja, genau! Soos, du hast das jetzt geschafft! Jetzt hast du ein größeres Inventar! Viel Spaß mit noch mehr Müll! Ich hab ein Inventar! So, jetzt pass mal auf, ob du das jetzt schaffst. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass er nicht schießen wird. Nun schieß du, Sack! Pass auf! Oh Gott, ich lebe noch! Und hab ein Power-Optus mir rein gar nichts bringt! Gar nichts? Gar nichts! Nö! Sag mal, welche verfluchte Technologie haben die im Koopa-Königreich bitte erfunden, damit sich die Dinge auch noch rumdrehen können? Tja! Nope! Aus jahrelanger Kinderarbeit raus, ne? Kinderarbeit? Okay! Bowser, du Sack! Kinderarbeit! Lass das da oben einfach! Ach so, ne, ich muss ja erst... Warte! Ich hätt's einfach gelassen und wär weitergegangen! Nein! Ich bin jetzt noch Speerschwanz! Ja, warum? Ja, weil... Der ist total schwul! Nein! Lass den noch Speerschwanz in Ruhe! Leave him alone! Hey, bleibst du hier! Was kannst du jetzt damit, außer dich verwandeln? Gar nichts! Blaue Münzen einsammeln, die rein gar nichts bringen! Yay! Blaue Münzen! Toll! Ja... Sagst du, du bist der Beste! Ja... Pass auf, der Drehdum! Nicht mehr! Ja... Ich hätt's so gelacht, wenn du noch Schaden bekommen hättest! Aber nö! Kriegt er nicht! Stern du! Ich glaub, da hinten waren auch noch ein paar Häuser, ne? Also, eigentlich mal ein Level zwischendrin geschafft, weil wenn ja, ist das jetzt ein Problem, dann kommst du nämlich nicht hin... Ja! Hab ich doch grad gesagt vorhin! Oder halt mal, wo ging der untere hin? Sackgasse! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ja... Narnia... Da werd ich den nicht mehr durch die Röhre... Die Röhre ist dicht! Guten Tag! Oh, 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 oh! Chris, jetzt kannst du zocken! Aura! Aura! Light up the pictures and get a prize! Pilz, Stern und Blume tipp ich! Ja! Verdammt! Ich hab einfach random gedrückt! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Man schafft... Wenn, dann schafft man aber auch nur den Pilz! Niemals die Blume... Guten Tag! Den Niemals den Stern! Ich hab zwar nicht geprüft, aber egal... Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Guten Tag! Da ist ja auch noch was... Guck mal! Guck mal... Geh ich nochmal! Röhre dir die Bildung und get a prize! Jetzt macht er die Blume! Nee! Doch nicht! Stern, Stern, Stern. Ach, Mano. Ach, Mano. So, ich probiere jetzt mal das Schloss. Ja, dann probier mal. Uh. Na, hallo, ich bin der Klempner. Oh, it's terrible. The King has transformed und so weiter. Jetzt braucht er genug Bananen. Denk an die magische Wand. Der Magical Wall. Oh. Das ist schon so ein richtiges Messer. Er bringt ja nicht immer den Nebel mit. Ich. Warum ist schlechtes Wetter? Immer noch strahlend der Sonnenschein. Strahlend der Sonnenschein. Strahlend der Sonnenschein, genau. Oh Gott, ich glaube, da hat jemand zu viel Chili gegessen. Oh mein Gott. Ja, oh, eben, eben. Oh. Nennt man sowas den Afterburner? Ha. Sluxy, du bist so witzig. Ich geh oben lang, fick dich. Besser warst du aber gelacht, ne? Ja, super. Über sowas muss man lachen. Ah, nimm die Schraube mit. Den Zieherschrauben. Tschüss. Kann ich nicht. Na, meine Kippe anzünden, Luigi. Wie ist denn jetzt für komische Tongeräusche? Ich weiß nicht. Bliuup. Das ist... Oh mein Gott. Chris. Nein. What the... Chris. Oh mein Gott. Ja, da jetzt ein Ziehen lassen, du hast wirklich ein Problem. Eiskalt berechnend. Eiskalt war das, ne? Sagen wir mal, wer ist denn für diese Konstruktion hier verantwortlich? Ja, das... Warte, darf ich da auch mal rauf? Dankeschön, vielleicht. Bitteschön. Schau mal los, aber auch. Er verbrennt sich den Schniedel. Ich bleib mal oben. Ja. Ich glaube, oben bin ich sicher. Ist der Luigi oben, wird man ihn loben und wenn nicht, dann hat er Pech gehabt. Eine wunderbare Aussicht hier oben. Oh man. Sag mal, wir hatten hier diese Pentatonen aufgestellt. Ich hab... Blüm, blüm. Drück mal nach oben in der Tür hier. Hab ich schon. Oh, geht nicht. Oh. Was ist das? So eine Tagernadel, die mal vergessen hat hochzuziehen? Mein Gott, Chris. Wenn du jetzt den Boss auch nicht schaffst, bin ich... Oh mein Gott. Ernsthaft enttäuscht von dir. Jetzt warte doch einfach mal, ne? Bis doch vielleicht da ist doch. Ja, da ist ein Power-Rub. Fall jetzt nicht runter. Bleib da einfach stehen. Oh mein Gott, was ist er denn für ein Strom? Hell me! Elton? Hell me! Hell me! Ja, fertig gebumst. Sehr schön, du hast auch mal was geschafft. Stolz auf dich. Fortschritt! Auf einmal digitier ich zum Fortschritt, Mon. Digitier vor allem. Ja, Fortschritt, Mon. Level Ultra. Oh Chris, ich bin so... Erleichtert. Ich bin stolz auf mich. Ich hab gepinkt. Hä, wer ist denn der? Das ist ein Goomba. Mit Doppelkinn. Munde, Münder, Munds? Mit Doppelkinn. Munden? Nein, Mietz, das ist mein Napfkuchen. Nein, Tod, das ist meiner. Und die erste Prinzessin im Brief. Nein, Mietz, das ist mein Napfkuchen. Du kriegst wieder ein P. Ja, ich glaub doch schon, das ist P. Oh nein, nicht die Welt. Sieht böse aus. Oh, die ist so räudig. Oh, wer bist denn du? Ja, der versteht keinen Spaß. Pass bloß auf. Baby, 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 let it rip. Oh, guten Tag. Hä? Hallo, die P. Mein Gott, bist du ein Arschloch. Der mobbt mich. Na, guten Tag. Mopsgeschwindigkeit. Achtung, biss ich. Slagsy, der mobbt mich. Der mobbt dich. Kann der mal weggehen da unten? Ich will auch mal wieder ein paar Möpse. Ach, guten Tag, dich kenn ich doch. Kann ich die mit dem Schwanz wegwedeln? Ja. Tschüss. Ansonsten springen die hoch, die gemeinen, die. Ja, ich kenn die schon aus dem Heck. Was wird denn das, wenn's fertig ist, Chris? Ich weiß nicht so recht. Kannst du mir mal verraten, wie da so Büsche auf Metall wachsen können? Ähm, hast du eigentlich schon mal auf Dachziegeln Moos gesehen? Das könnte die Erklärung sein. Hä? Ups, guten Tag. Moos, ja, aber das ist ja schon ein ausgewachsener Busch. Ja, wenn du die nicht fängst, Moos. Er war nicht so prickelnd. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Ich hasse Blindjumps. Ja, ja, und jetzt kommt der fiese Abgrund. Hä, wer ist denn der? Oh Gott. Dann streckt er einfach mal seine Zunge nach oben und... Alter. Kitzelt dir am Po-Loch. Ja, kitzelt mir am Arschloch. Richtig, das kleine Pennerkind. Oh mein Gott. Sepp. Zum Geier was? Waaat? Schwänze ihr. Vorsicht, der ist bissig. Ja, ja, ich hab's gemerkt. Vorsicht, den Beißen. Die haben Hunger. Oh mein Gott. Ja, schau, tu mal, wie du da ohne Ding durchkommst. Ohne Ding? Ich hab aber ein Ding. Ohne Rammele-Ding-Ding. Rammele-Ding-Ding-Dong. Oh. Verdamm. Ey, kannst du aber zurückkommen? Ich bräuchte dich. Der geht nach Narnia. Der kommt nie wieder zurück. Da ist er wieder. Nacho. Hey. Hey. Hörst du Jan, wie Link, wenn er runterfällt? Haik. Halt so Eier, Eier. Haik. Haua. Das, was du gerade gesagt hast, klang eher so, hast du Eier. Tschüss. Oh, ich hätte so gebrüllt. Ich hätte so gebrüllt, wenn du jetzt gestorben wärst. Du Penner, du Elendiger. Ich hätte so gebrüllt vor Lachen. Da holt er die Blaze raus. Ich hätte so gelacht vor Brüllen. Ja, genau. Sag, was ist denn da drüben für den Alibaba-Turm? Ja, das ist der Spiral Mountain. Äh, kriege ich, wenn ich das P, kriege ich denn nicht eine Feder? Oh. Und kannst fliegen. LOL. So ein P benutzt man eigentlich immer nur so für die Arschloch-Level. Äh, von der letzten Welt. Also ich hätte mir auch... Das kann jetzt übrigens den ganzen Bart da und das macht mir gerade relativ viel Spaß. Das ist das... Hey, nicht Bad-Man. Nö, es war Spider-Man. Hast du das verstanden? Ja. Ach so, da geht's gar nicht. Hä? Wo sind die beiden hin? Weißt, Ed... zum Lachen, wenn du genau auf dem Abgrund bist und die Scheiße aufhört. Kann die wirklich aufhören? Also ich weiß ja nicht, ich find das Level wirklich gut. So schafft er auch mal ein Level daher. Braue Griss, das verdienten Applaus. Nein. Du darfst zocken. Ja. Ja, geh mit dem P ins Haus rein und wedle im Haus rum, ist schon gut, ja. Ja, ich hab hier schon zwei Leisten. Oh, ich bin so gut. Zwei Leisten, hoho. Pick up a box, it contains will help you on your way. Geil. Er guckt den Tanooki anzugt, dieses kleine Arschloch. Geil. Mit so einem kleinen Waschbär hier, der geile. Der kleine Pimpf. Der kleine Pimpf, genau. Na, guten Tag. So, jetzt lass dich entscheiden. Zwischen Wichskopf und Burg. Er geht Wichskopf. Vielleicht... Ja, toll, der Hammer bringt uns jetzt gar nichts mehr, Slaxi. Slaxi, du hast den einen vergessen da drüben. Na, jetzt wird's doch nichts. Schade, dass er nicht in die Leiste unten reingeht, ne? Ja. Ja. Na, komm rüber, du Wichskopf. Jetzt frag ich mich, ähm... Ja, das scheiß kann ich. Ich dachte, das scheiß immer noch. Äh, hier oben oder? Boah, ich glaub hier oben bin ich mit dem besser. Ähm... Ach, Menno! Oh! Level Ende. Eine grüne Röhre, Menno. Ist das jetzt die reine... Hä? Was? Ist jetzt hier kaputt? Ah, da kriegst du den, den Schuh. Kann ich die umschwenzeln? Nein. Ja, doch. Nimmst jetzt mal das Fragezeichen mit? Nein. Herrgott, Zapperlod. Ach Gott, ja. Der deinen Namen trägt. Chris, du spielst mit dem Feuer, ne? Ist dir klar. Ich wusste gar nicht, dass man das machen konnte. Du feuerst den Spieler. Achso, ich feuer den Spieler. Kommst du da runter? Du olle Sacknase. Lull. Lull. Ich hab ne Schuh, ihr könnt mir gar nix. Luft. Wie es aussieht. Lull. Nope. Keiner Rennfahrer, so ein Grüner. Na, was macht ihr da unten? Ich hätte so gelacht. Plupp. Ich will auch so einen Schuh. Schuh, 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 Schuh. Ich hab ne Schuh. Chris, reißt dir jetzt hier die Level hin? Mensch, das ist deine Welt, wa? Ja, das ist meine Welt. Das ist meine Welt, wie sie mir gefällt. Mit Schuh. Kannst du den Schuh behalten? Ich raste aus. Wie das aussieht. Kann ich auch irgendwie wieder raus? Nö. Du musst jetzt im Schuh wohnen. Und er kann... Das ist unglaublich. Ja. Ja. nach Alibabatown gehen. Ja. Er geht in die Burg. Warum mach ich die jetzt eigentlich? Und warum ist die so scheiße? Du, ich frag mich auch grad, warum... Machst du die eigentlich? Ich spiele halb x... Scheiß Kopf fair hier den Schmarrn da drüben zusammen und er... Nö. Ich weiß es nicht. Wee, du verlierst doch nur einen ab. Wee, du stirbst. Komm da runter. Komm da runter, du junger Mann. Wenn der ganz durchhupft, ne? So. Ich schau jetzt, ob ich da nicht vielleicht doch noch was finde. Komm Schmerzen findest du. Jetzt komm schon, Leute. Ich brauch wieder ne Feder. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Ich weiß nicht. Und wenn der letzte Part war bei mir jetzt so kurz. Was krieg ich jetzt? Schon wieder ein Penis. Ich glaube auch trotzdem, dass wir langsam mal den Part wechseln sollten, ne? Ja, ich hab auch das Gefühl. Gut. Dann den nächsten Part wieder bei Sluxy. Gut. Soos. Soos.